Okay, noch eins. Das wolltest du morgen machen. Was? Das letzte Level. Weiß ich nicht. Ja, du meinst doch eben. Heute nicht alles. Nicht alle, ja, alle Spiele. Achso. Achso, ja gut. Alles wird auch knapp. Ich finde, man hätte erst die spielen müssen, oder? Also, das ist ja immer die Vorgeschichte zu den Batman-Missionen. Ja. 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 Ach, da hinten. Okay. Ja, wie kommst denn du da jetzt hoch? Ja, ganz rechts. Ja, geh doch. Ja, du musst erst mal die Leiter runterlassen. Achso. Ja, du musst auch. Ja, du musst. Ja, du musst. Ja. Ja, du musst. Na, du musst. Ich wem dir. Ja. Du musst. Ja. Ja. Na. Ja. Oh, warte. Ja, das tue ich. Ja, das tue ich. Was war das jetzt hier? No! Was denn? Oh, wie das Blauer einfach wegfliegt. Oh, das liegt einfach in der Luft. Oh, na. Oh, das sieht richtig übel aus. Oh, das ist ja auch langsamer. Oh, das ist ja auch langsamer. Oh, der ist einfach nicht so böse. Das macht schon viel aus. Hä? Ich kann doch viel schneller rüber springen. Ohne mich jetzt ist das ewig gedauert. Warum ist es mit Trüffelmaio? Ja, du bist ja auch böse als Batman. Aber du ja auch. Ja, ja. Ich habe ja auch UCs. Boah, das sei bei einem reicht nicht. Ja. 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 Ah. Bei Batman ist das anders anders. Ja. Da muss man alles einzeln bauen. Ja, das war damals noch mal. Das tun wir aus der Lücke. Ja, das haben wir mit Batman auch gemacht. Ja, und jetzt gleich müssen wir uns in den Glocken verstecken. Bitte die Glocken. Ach, ich. Baaahn. Alter. Was? Der Tausender. Ja. Ja. Ein Tausender ist ein Tausender. Was feiern die denn jetzt da, dass sie die Glocken ja besetzt haben oder was? Ja. Ah ja ja! Ach. 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 Was ist das denn? Ei, ei, ei! Lego Batman! 46,5! Achso, ja, das war's, ne? Ja, deiner Meinung nach war's das. Willst du weitermachen? Oh, guck mal, ich kann das in Tausender oder Zehntausender machen. Ja, jetzt schon ne Million, da kann man's ja ein Multiplikator holen. Alter, die ganzen, guck mal hier alle... Äh, hier Two-Faces da zweimal an, wie der heißt. Wo? Ja, der war erst rechts und dann war er links. Der hört. Jetzt klopfen die sich an. Ja, die will ich sein, die ist cool. Ein Matschkopf. Ein Matschkopf kann One-Hitten. Das ist nicht schlecht. Guck mal, der räumt richtig auf. Ja gut. Oder willst du weitermachen? Nö. 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 Nö.